Ja, was geht ab YouTube? Willkommen zum neuen Video hier auf dem Main-Kanal. Nicht erschrecken, heute gibt es tatsächlich eine Runde Caldera, aber ist ein ganz bestimmter Modus. Wenn ich mich recht entsinne, war der zum 1. April schon einmal da. Jetzt kam er quasi zum 420, also zum 2. April noch einmal wieder, war auch nur ein Tag drin. Ich habe auch nur eine Runde tatsächlich gespielt. Das wurde die Runde, die ihr jetzt hier von irgendwo da Sebastian zusammengecutt gleich sehen werdet. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, vielleicht noch. Ihr werdet es jetzt selber sehen, die Runde, oder ja, der Modus hat so ein paar Kniffe. Einer davon ist beispielsweise, dass man, ja, kein Fallschirm hat. Das heißt, man fällt quasi immer runter und kriegt keinen Sturzschaden, etc. Wie gesagt, schaut es euch einfach mal an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ist jetzt zwar kein Rebirth, aber ich denke, die Runde sollte euch trotzdem Bock machen. Wurde eine sehr geile Runde dafür, dass es auch die erste und letzte war im Modus. Aber wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß. Lasst auf jeden Fall noch ein Like und einen Kommentar da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten viel Spaß im Video. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao, ciao. Was passiert hier jetzt in dem Modus? Ach, Digger. Ich, ach. Jetzt lande ich einfach irgendwo. Guck mal bitte, was für ein krasses Aim hat er. Zeig mir das mal bitte. Meine Waffe ist ja einfach leer. Zeig mir mal bitte seinen Aim. Ich dachte gerade, warum ist er besser als ich? Deshalb ist er besser. Also was hier immer passiert. Aber der Modus ist eigentlich cool. Der hat Spaß gemacht. Oh, meine Lieblingswaffe. Und Pushter, was machst du? Rein da, Junge. Rein da. Wette, gewinnen wir die Runde. Ja, nein. Zu dritt sind wir nur noch. Ich habe keinen Gulag. Oder nee, macht eine Wette. Zehn Kills. Ja, nein. Nicht Win-Wette. Zehn Kills. Ja, nein. Ich habe gerade zwei. Oh, da wurde er gerade weggeworden. Heißt, Aim Assist da durch die Büsche. Lieben wir. Okay, warum habe ich hier keinen Aim Assist? What the fuck? Nein. No Aim Assist. No Fun. Was ist hier los? Das ist, das ist natürlich den Modus geil, Chad. Wisst ihr auch warum? Weil hier sind immer alle auf einem Fleck. Weil die nicht so weglaufen können wegen Fallschirmen. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, wie viele Leute hier sind. Seht ihr das? Weil einfach alle hier sind. Weil man wegen Fallschirmen nicht weit kommt. Und das ist nice. Das habe ich letztes Mal schon erwähnt, als ich den Modus gespielt habe. Weil dadurch, dass man nicht fliegen kann, sind die Leute halt immer irgendwie da. Also sind immer close bei allem. Nice. Das sah so sass aus. Das macht der Typ. Let's go. Nächste Wette. Twenty Bomb. Das ist halt Caldera. Ohne, dass ich die ganze Zeit die Gegner suchen muss. Wenn man dann zumindest welche findet. Weil wenn die ja dann Gulag gewinnen, landen die ja auch wieder genau hier. Ich nehme diesen Ballon, oder? Warte mal, war der Ballon schon immer hier? Der ist doch neu, oder? Wird nicht viel Caldera gespielt, aber hier war safe kein Ballon. Das wüsste ich doch, oder? Das ist neu, oder? Gibt neue? Okay. Ah, er hat ihn schon gekauft. Ach, Digga. Das ist ja auch so wild, Digga. Stimmt, man kann ja nicht mal da den Fallschirm ziehen. Wild. Seht ihr, was ich meine? Deshalb sind da halt immer relativ viele Leute, weil man einfach nicht so schnell von A nach B kommt. Das ist schon cool gemacht. Oh, habt ihr den Hop gesehen? Den Hopsee? Ich sehe Gegner auf Caldera. Oh, Digga. Wenn man so die Killcam sieht. Oh, ich habe schon mal einen Big Game Bounty. Haben wir da irgendwo eins? Nöger. Wie weit ich jetzt einfach fliege. Tschuuu. Sind hier irgendwo Aufträge, Digga? Mal mal diese Aufträge. Sind halt wieder sehr rar verteilt, leider. Und Bunny Hop Time. Wuhu. Ah, ja. Ich bin am Campen da oben drauf. Oh, der hat mich recht. Du Scheiße. Kann mal jemand dem seinen Kotze wegmachen? Ich glaube, der hat sich gerade übergeben, weil dem es schwindelig war. Ja, okay, Digga. Wo kommen die denn alle her? Also, damit habe ich selber nicht mehr mehr gerechnet, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich schon abgeschlossen mit meinem Leben. Ich hatte eigentlich... Ich dachte, ich bin tot. Ich wollte gerade schon wieder sagen, boah, wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Das ist nicht direkt sterben. Nice. Das war nur einer. Yo, you got Mike. Uh, guys. Hello. Okay, you alone, my friend. Okay, okay, okay. Uh, I think they are following me. Yeah, I'm not with you, my friend. Yes, people are on this big building, I think, here. Movement. I don't know, though. Yeah, they are on the roof. On the roof. Yeah, yeah. Okay. That's it. That guy. Yeah, they are still camping there. Jesus. Oh, my God, bro, they are just camping, bro. What are they doing? Yeah, yeah, yeah. On you, on you, on you. They are coming. One. They are coming? Oh, no. I didn't see. Oh, my God. That fucking... Backhand. Nice. He's just... Oh, shit. Right in here. Yeah, bro, one. One's getting rest on the roof. Right here? Yeah, I see him. He's here. Three positions. Okay. He's behind. He's behind there. No way. You got sniped. You got sniped. Yeah, yeah. Uh, from here? Yeah, I see. I think they're camping on the roof. There's a guy here. Watch out. Yeah, wait, 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 wait. I can kill those guys. Oh, my God. What's going on there? Oh, my God. Yeah, I see, I see. What happened? One. Yeah. What happened for me? I've hit. Yeah, I see him. Yeah, he's still on me. Yeah, man. Yeah, he's still on me. Yeah, man. I just fly. I just fly in the zone. He's using, he's using fire ammo. Fire ammo, I think. In centenary. Oh, my God. There's people here. There's people here. Here, here. Yeah, I'll beat you. Okay. I have a two car here. Okay, okay. I tried to accept this contract. I have no stim left. I have no stim left. Oh, this sucks. Bro, how many cars do these guys have? What the f***? Look at this. It's an airstrike. Okay. But I can hold a parachute. Okay. All good, all good. There's a whole team driving around with cars. Oh. Yeah, I'm dead, I think. Cars coming. Oh, no problem. I have Gulag. I have Gulag. Nice hitbox. There was just someone, right? So they don't have these things. Why is everyone using this s***y ammo, bro? What is this? Oh, it's a sniper. Oh, it's a sniper? Yeah, yeah, it's a sniper. Okay. Okay. Oh, less than five was outstanding. Oh, man. Next time, the win is ours. Oh, man. You're so good. Okay. Wenn man dann mal auf Caldera ein paar Leute findet, ist es zumindestens im Midgame ein bisschen mehr Spaß, weil man halt Leute findet, aber trotzdem bodenlos, wie die Leute da campen. Bis zum nächsten Mal.